Für unsere Kunden haben wir natürlich noch etwas ganz Besonderes, dass sie ihre eigene Rezepte mitbringen können und wir nach der Rezeptur für die das Fleisch zubereiten. Und das ist für den natürlich ein angenehmer Abend, den er genießen kann und vor den Gästen glänzen kann. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir viele Produkte aus der Region haben, im Grunde genommen. Sprich jetzt das Geflügel, Gänse, Enten, Puten, jetzt zu Weihnachten, die Kunden kommen morgens und sagen, ich möchte eine Pute haben. Das ist kein Problem, wir rufen den Bauern an, die werden frisch geschlachtet. Unsere Schlemmersonntage sind halt sehr nachhaltig. Letztens hatten wir einen Schlemmersonntag zum Beispiel Gentleman's Only mit 90 Herren, die jetzt fünf Sorten Rindersteaks probieren durften. Seit 2010 beziehen wir frische Trüffel aus Umberen, direkt vom Trüffelbauern. Ja, das Thema Trüffel hat der Herr Nicky sich dann ganz groß auf die Fahne geschrieben. Er sagte, hey, was mit Nudeln geht, geht auch mit Fleisch. Hat er ein Filetöpfchen entworfen mit einer Trüffelmarinade. Die schönsten Momente im Sommer sind, die Herren, wer mit einem Einkaufszettel in den Markt geschickt, stehen vor der Fleischtheke von Herrn Nicky sich und sagen, hey, da steht Grillfleisch drauf, was soll ich kaufen bei der Auswahl?